Was geht Leute? Welcome to Tag 2 vom Türkei Vlog. Heute werden wir sehr vieles unternehmen, unter anderem werden wir uns mit einem türkischen Fußballprofi treffen. Genau. Bleibt dran, bleibt gespannt. Es wird ein heftiger Vlog. Wir sind zu Spinders gerade eben aufgestanden. Ihr seht erst mal fertig machen, dann sehen wir uns gleich draußen. Okay? So, I'm going to Ghana. Okay, wir sind fertig. Ich weiß nicht, wie man es sieht. Outfit. Ja. Outfit sitzt. Wir gehen jetzt was essen. Wir haben extrem Hunger. Der Jungs ist auch schon ready. Päh! Outfit sitzt, jammer. Kurzer Fun-Fact. Dieser Knopf. Wir haben uns jedes Mal gestritten. Ich hab gewonnen. Ich hab gesagt, ich mach euch diesmal als erstes. Du hast Vortritt. Jeder, der irgendwie jemals in der Türkei war oder so kennt. Du musst diesen Knopf kennen eigentlich. Oh, ein Trick 17 ist hier. Wenn ich mich hier hinstelle, auf den Knopf drücke, als ihr Reddarm macht, ist der Taxi so krank. Das ist der Facts Baruch im Vortrag. Wir gucken mal jetzt, wann er da ist. Dann muss er von oben kommen. Ein paar Sekunden später. Kippen und so ein Taxi war so krank. Stark. Kurzer Fakt am Rande. Jedes Mal, wenn wir hierher kommen, muss ein Red Bull Peach sein und der Jungs muss sein Parlament rauchen. Das ist so ein Ritual. Und jetzt gehen wir was frühstücken, weil normalerweise da, wo wir hingehen, hat das zu. Aber wir gehen jetzt woanders und sehen uns dann einfach gleich. Oh, das ist schon einfach krass. Wie diese Taxis, die haben einfach eine Million Kilometer. Die leben einfach immer noch. Hier beim Essen. Es wird erst fett gegessen und danach gehen wir einen Freund besuchen. Jawoll, Herr Bibi, lass dir schmecken. Erstmal reinhauen und danach geht es weiter. Essen fertig. Mein Essen hat sehr, sehr gut geschmeckt. Danke. Bei dem war nicht so gut. Aber wir gehen jetzt zum alten Bekannten, gehen ihn mal besuchen, kurz Hallo sagen, bisschen mit dem chillen. Danach kommt noch ein anderer Kollege, wegen dem wir überhaupt hier sind. Der kommt auch später. Aber der ist gerade noch im Training. Wenn du das siehst, oder die Jagd wird jetzt weh. Wir fahren hier wirklich ohne Rücksicht auf Verluste, die Männer hier. Wir geben Gas, weh keins weiter. Der Da vorne ist der Gedanete. Wir sind jetzt fertig, den ganzen Tag in diesem Laden verbracht, geredet, heute Abend geht es weiter, jetzt gehen wir uns mal kurz beim Kiosk was zu essen holen, wir sind einfach am Limit, ich habe böse Hunger, er hat auch böse Hunger, aber was plan ist zu snacken, weil wir später abgeholt werden und dann gehen wir richtig essen. Anni, pass auf, boah die kostet eh 20 Cent pro Lose, ja Leute, wir sind jetzt zu Hause, haben uns noch so ein paar Kleinigkeiten geholt, sowas, meiner Meinung nach, meiner Meinung nach, das ist der Red Bull, einmal weiß Schokolade, so ein Riegel, normale Schokolade, genau, das haben wir jetzt geholt, das snacken wir jetzt, chill ein bisschen, wir werden so gehen gehen, wo das 18 Uhr, gell? Die 18 Uhr werden wir abgeholt, dann gehen wir erst mal was essen, chill ein bisschen, tralala, eben gerade konntest du zu viel Film, aber wir haben extrem viel geredet, ein paar Sachen geklärt haben, eine normale Breiterjacke angezogen, war uns oben alles gleich geblieben, aber mit Pulli war es ein bisschen zu warm, ich habe es jetzt fertig gemacht, wir gehen jetzt was essen, die Jungs auch schon ready, ready, mit der Louis-Wi-Jacke. Ha, ich habe gemacht, okay, dies war meine Chance, ich war diesmal dran, okay? Ich finde es immer und immer wieder faszinierend, wie die Leute hier Auto fahren und es einfach, kein Unfall passiert. Einfach der Hubschrauber von Kars, glaube ich, oder? Das ist doch von Kars. Papa, du willst mich faszinieren, was du noch, was du da bist, scheiße, ey! Gehört, das hier einfach rausziehen. Wir sind hier in so einem Einkaufszentrum und gleich kommt eine Straße, da gehen wir jetzt gleich essen. Die Jacke, oder? Päh, Bruder! So, hier ist jetzt diese Straße. Da unten komplette Essensläden. Das sieht schon wild aus. Hier unten komplett, diese ganze Straße geht komplett einfach nach unten. Nur Essensgeschäfte, hier rechts, links, nur Essensgeschäfte, jetzt suchen wir uns einen Laden aus, weil wir haben sehr, sehr Hunger. Wir waren gerade fett essen, magenvoll und Special Guest ist da. Wegen dem sind wir hergekommen. Ich hoffe, alles, ich habe einfach vier Tage mit dem gefühlt verbracht. Hier, gleich die Jacke, gleich die Jacke. Nein, ich habe schon verbracht. Jetzt geht es weiter. Jetzt ein bisschen gucken. Dann gehen wir auch gleich hin. Hey. Hey, du musst es pas nur mit der Linksfah, hallo? Ja, du musst es nicht links. Na, 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 na. Every night, like an iPod, every we play, we play. All lies, bad as you want, you stick around, and I just don't know why. What I do, back to you, every night, doing you right. You're the type of woman, this of good things, this one of us, head for the ring. Soll ich schon singen, Bruder? Batsch, die sind gerade weg! Bruder, wie fahren die hier, Bruder? Warte, die haben aus einer Spur vier gefühlt jetzt gleich. Ich muss Scheiße machen, nur Scheiße machen. Ja, ich mach jetzt. Gleich, ich hab diese Klack-Ownet-Tibet. Was geht, Leute? Ich melde mich noch gerade aus dem Taxi. Meeting hatten wir gerade noch gehabt, war noch was essen. Es war lange, intensiv, aber gut. Es ist gerade dunkel. Aber wir sind uns ja gleich schon mal zu Hause. Das war's mit dem Video. Zu Hause jetzt nur noch chillen. Wir müssen wir machen, einfach nur entspannen. Morgen ist ein ganz wichtiger Tag. Morgen ist der Hauptgrund, weshalb wir überhaupt hier sind. Ich bleib auf jeden Fall gespannt. Der Hauptgrund ist meine neue Versace-Kette, ja, sehr lämmig. Ganz wichtig, abonnieren nicht vergessen. Ist kostenlos. Gebt ein Like da. Ich würd mich riesengreuen über ein Like. Okay? So, ihr müsst nicht. Ihr müsst nicht. Ist nur eine Empfehlung. In dem Sinne sagen wir... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.